mal abbauen jetzt bauen wir mal schön die pflanzen ab mit windows haste oder wie windows haste wie kann man die abbauen mit t die da links kannst du nicht abbauen doch kannst du wohl mit windows t wenn du st dann sind die noch halb groß muss da stehen nicht alle kann es abbauen ich habe eine geerntet und jetzt steht mein inventar ist voll ja dann ist voll ja die alle sind noch zu klein hier zum abbauen mein inventar ist auch voll mit t okay ok 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 Du fährst mit ein Skateboard Die anderen sind noch nicht bereit, irgendwie Äh, mein Inventar ist voll Ne, ich bin voll Und du? Wo bist du? Ich fahre Ja, wir sind voll Habt ihr auch euer Inventar voll? Ja, fast nur 11 rein Ja 3 Ihr könnt ja, also ich, das ist meine letzte Tour für heute Ihr könnt ja dann die restlichen Seeds abholen später Also ihr holt euch von dem Geld Ja Aber wir müssen hier erstmal zum Verarbeiter, ne? Wo ist denn der Verarbeiter? Ganz oben Ah, ich hab's Wir fahren aber wieder zusammen Jopp Aber ihr könnt ja so machen, ihr kauft euch von dem Geld was wir dann Die Lizenz Und dann könnt ihr hier den Rest auch nochmal abfahren Die ist ja dann fertig alles Ja, machen wir dann Ja, machen wir dann Und keine Autos kaputt machen, bitte Und keine Autos kaputt machen, bitte Was machst du? Was machst du? Ich Er ist kaputt Ey, hast du ein Toolkit zufällig oder muss ich wieder hochfahren? Ich hab einen, warte Ich hab einen, warte Ich bin schon fertig hier mit dem Weg Was tust du? Warte mal da unten 130 Ja, ich warte 130 Euro Dollar Keine Ahnung Das geht ja noch Ich hab auch nur eins bei Ich hab aber noch keinen Unfall gebaut Ja, ich schon drei Ja, fahr langsam mal jetzt Okay Weil wir haben jetzt alle keinen Toolkit mit Sonst Also ich hab nur eins mitgenommen Ja, noch nicht Hallo, bleib da Machst du Fertig So Muss warten bis ich fertig repariert habe immer So Oh no Das war's. Ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Und ab der Kreuzung, wo wir abbiegen müssen, bleibe ich einfach stehen da und warte dann. Ja. So, wir sind jetzt an der Tanke. Oder was er doch immer war. Ja, hier. Okay. 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 Ein Kilometer. Wir müssen hier rein, hallo. Oh, ich hab's gesehen. Kann ich da was für, wenn meine Karre weg auf so lahm ist? Okay, Kollege, wir machen jetzt einen Bankraub, damit die Bullen auf was anderes fixiert sind. Alles klar, sehr gut. Sollen sie jetzt anfangen? Naja, die können noch nicht anfangen. Da fehlt noch einer, aber der ist gefängt, die fangen gleich an. Die müssen ja dann hier weg. Okay. Geht der vor? Ah, hi Gangster! Ja, ja! Für euch verarbeite ich vielleicht in der Nacht, weil sonst kommt das Durcheinander, das ganze kann ein bisschen. Das kann man nur machen mit einer Lizenz, ne? Jaja, ich mach das kurz für mich und danach mach ich für euch. Was verarbeite ich dann gerade? Doch, man kann verarbeiten, nur langsamer. Ja? Ja? Wie viel denn? Weiß ich nicht. Ich hab nichts bezahlt, ne? Was? So? So Gangster, machen wir mal ein gutes... Soll ich auch mal probieren? Marihuana hier. Dann kriegst du eine. Ja, brauche prima. Marihuana wird verarbeitet. Ja, das geht. Also mach mal ein bisschen schneller, leg dich nicht mit uns hier an, ja? Und guck nicht so doof mit deiner hässlichen grünen Mütze. Haha. Boah, nicht. Guck mal, wie schräg der guckt. Guckt mich schräg an, oder was? Guck mal, der guckt schräg. Der meint hier, der will mehr, mehr haben. Siehst du, das hast du da vorne. Also, jetzt verarbeite schneller. Geht doch. Leg dich nicht mit uns an. Wenn ihr M drückt, geht das schneller, gell, wenn ihr auf der Map drückt. Ja. Worauf drücken? M. M. Naja, nicht wirklich. Ja, aber ein bisschen. Die Millisekunde. Vielleicht schneller. Ja. Aber die sind gerade beim Cannabis-Verarbeiter, ne? Ja. Und danach fahren wir wieder runter. Ähm, warte mal. Wirst du gleich das Geld auf die Bank bringen, oder? Ja, wir müssen danach nur zum Drogendealer. Vorsicht. Ja. Da kommt jemand. Ich hab ein Auto gehört. Ey, guck mal. Wo kann man sich eigentlich so Militärausrüsten kaufen und so? Auch bei dem, äh... Ich hab ein Auto gehört hier irgendwo hinten rumfahren. Bei dem Shop, wo wir vorhin ganz am Anfang hingefahren sind, oder? Bei dem Rebellen-Shop, ne? Da kann ich mir alles kaufen, Waffen und so, oder? Marburgers kostet 2.000 Euro, das Verarbeiten. Ah, okay. Ich mach's nicht. Ich... Dann processst du besser alles, okay? Das geht, ja. Ja, mach mal schneller Zeug. Ja, das Prozessen kostet 2.000 Euro, dann mach du das für mich, oder für uns. Ja. Ja, so viel Geld hab ich auch nicht mehr bei. Dann mach du das, und ich hab jetzt bei mir alles verarbeitet, dann... Ey, danach guck ihr mal ein bisschen rum, ob ihr irgendwo Licht wählt, bitte. Licht? Oder ob ihr irgendwo Leute wählt. Ja. Warte mal. Warte, pscht. Ich mach grad Herzeit lauter. Ist nix. Naja, ist... Mach du mal ein bisschen. Ich glaub an der Brücke, es kann auch sein, dass ich hierher laufen, ne? Mach mal... Du schiebst Paras. Mach mal eure Stimme auf Leise. Mit, äh, STLG und Umschalttaste. Schieb keinen Paras, weißt du, wie oft ich schon überfallen wurde früher? Ich bin fertig. Sehr gut. Bei mir dauert noch kurz. Äh, ist bei... ... fünfundse... ... sieben siebzig Prozent. Kann ich vor was... ... mein Auto genommen? Ich, äh, prozess nicht, das kostet bei mir Geld. Ja. Und jetzt kann ich fahren. Warte, ist bei mir noch nicht ganz. Neunzig Prozent. Die letzte? Ja. Ich kann auch was bei mir ins Inventar packen, dann fass noch mehr ins Auto Sehr gut, kann man Fahrt bitte mit Licht, sonst halt den Bullen und zählt recht dann, wieder zurück Ja Baut keine Umfälle bitte Ja, jetzt gar nicht mehr bitte Ich hab kein Replay-Kit Ja, ich hab zwar noch, aber das kostet Zeit und wenn die Bullen dann noch kommen irgendwie Ja, stimmt So Hoppa-lop Ha Keine Umfälle, mein Kern ist zu tief, Alter, die kommt hier nicht lang Wo bist du? Oh Ich steh hier Hi, bist da hinten Meine Karte ist zu tief, ich kam da nicht runter, ihr seid weit über mich drüber gesprungen Oh 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 Okay So, liebe Leute, jetzt fahren wir erstmal nochmal kurz zurück Da hat jemand einen Unfall gebaut Danach Geht's erstmal weiter Da fahren wir in die Stadt Und von da aus fahren wir zum Drogendealer Ja Wir sehen uns gleich am Drogendealer Und da Steigt der große Deal Bis gleich Tschau Was rein Und der ist billig Den könnt ihr euch eigentlich auch kaufen, der ist gleich da Der ist richtig billig dafür, dass der so, äh, viel passt Ja Und der andere Karte betragt so über 100.000, die so viel Trunk hat und der kostet fast... Überfällt gerade einer an der Bank? Hä? Überfallen die... Ich hab grad so ne Meldung hier, Sank Alarm irgendwie Ja, ja, die überfallen um die Bank Ich hab keine erhalten bisher, aber... Kann ich ja auch irgendwie sehen, wieviel Spieler hier grad aktuell auf dem Server sind? Gar nicht Hier Du musst, oder? Du gibst halt, äh, so ein SMF muss man machen halt Äh, genau auf Z Okay Kollegen von da überfallen grad die Bank, also... Wir haben das extra gemacht, weil wir als Drogenfarm... Haben die gesagt, okay, überfallen wir die Bank, damit die Bullen nicht durchkommen Haha, geil Hab ich nicht gute, äh, Kollegen Ja, das prima Da, hier, für Drogen-Dealer Bremsen! 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 Sooo Aufspringen Tuack 90.000 macht man Vereine Ladung, Rucksack Ladung Ja, hier hab ich gute Wer ist? Komm mal raus aus dem Auto, dann kann ich dir nicht geben Ich bin draußen Hinter dir Ja, hier hab ich auch prima FPS Ja, das Ding ist halt, du hast nicht so viel Dings Ich muss dir, ich kann dir jetzt nur so viel geben Das war halt das einzige, was in deinem Auto drin war Hast du noch was für'n Minuetar? Ähm... In meinem Auto waren 14 drin, glaub ich, ne? Jaja, hab ich alles schon verkauft Musst du einfach hier Mausrad und dann Truck-Dealer Der alter Sack hier Mit seiner roten Mütze So, prima Ja, dann haben wir das erstmal verkauft und dann... Wie viel hattest du, Marburger? 90.000 30 Stücke im Inventar Hä? Wie viel... Wie viel waren denn im Inventar drin? Der hatte noch einen Rucksack 20 Ich hab Rucksack und ähm... Auto Aha Musst du gleich erstmal Rucksack mit mir holen? Ja Ich bin jetzt... Also ich bin jetzt weg nach der Truck-Burger Ich hab euch jetzt mal hier das halt gezeigt Das ist halt... Ihr könnt ja dann mit eurer Karre fahren Und ihr könnt ja dann... Du Marburger, du kannst ja jetzt eine Lizenz kaufen Genau, das mache ich Eine neue Lizenz So, liebe Leute Da sag ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen Und... Ja... Bis zum nächsten Video Euer Marburger Ciao